Wir labern einfach und packen das, was wir gerade labern, einfach online in der Gosse. Er endet in der Gosse. Oder wie die Franzosen sagen, in the Joss. Ich höre dich nicht. Wir sind creepy. Ja. Oh, scheiße, du als Sohn, Entschuldigung. Mal auf deinem Bart so zu zwirbeln, alter Junge. Junge, ich mache mir jetzt einen richtigen Zwirbelbart, ich habe da richtig Bock drauf. Ich will mal was anderes, weil ich muss mit dem, was ich habe, muss ich klarkommen. Der Meist marschiert, der Meist marschiert. Der Meist ist nicht tot, ist der doch in deinem Kot. Lenny, kann ich dich noch mal kurz kicken und du kommst gleich wieder rein? Kannst du versuchen. Kannst du versuchen, hat er gesagt. Ein Stück nach vorne in die Richtung. Anfänger. Wie ist das? Wir haben gerade eben Videos. Wir haben alles. Ich habe aber auch letztens eine ganze Menge rausgehauen. Wie scrolle ich jetzt nach unten? Spann die Finger und dann einfach, genau. Das ist so richtig. Wie mit dem Handy. Shoot. Jens kennt unsere Songs. Shoot. Ja, was seid ihr alles für ein Luschen, Alter? Also, ich habe da auch noch was auf dem Herd. Und ich müsste dann jetzt mal, naja, ihr wisst schon. Wollen wir das mal probieren? A Cappella? Im Kanon, im Kanon oder was? Ich war noch niemals in New York. Daniel, wie lange gab es die Band, als du dir das Tattoo gestochen hast? Da gab es sie noch gar nicht. Wenn ich eine Band habe, dann tätowiere ich mir das sofort. Ja, cool. Ja. Ja, unbedingt. Weißt du, was auch mal cool wäre? Lebt Schneider auch, hallo. Schneider. Falling Breakdown at Cuck. War ein geiler Gig. Immerhin 260 Aufrufe. Ähm, ja. Aber immerhin fast 200 Aufrufe. Ja. Fast. Dafür habe ich das, das habe ich für extra mal viktorisiert. Mein Volk. Ich habe eine wichtige Botschaft zu verkünden. Ich werde euch alle töten. Und zwar genau jetzt. Ja, was soll ich dazu sagen? Ich wollte eine Antwort, habe ich gekriegt. Ja, cool. Nee, nee, nee. Für mich ist Among Us das Spiel des Jahres. Fishing Planet. Das klingt ja auch schon wieder richtig, ey. Äh, Menas, ich muss jetzt leider Schluss machen. Doch. Ernsthaft? Der Name ist jetzt da. Kann man nichts mehr daran ändern. Also diesen Abend mit dieser Aussage habe ich noch echt vor Augen. Assebeats war auch geil. Nicht? Hm, das ist ein Dengel-Film. Hallo, Baby. Ich liebe dich, Baby. Hallo, Baby. Ich liebe dich, Baby. Hallo, Baby. Jetzt trinken. Als wäre es gestern gewesen, ne? Nein. Das ist für gut. Warte mal, davor muss ich mal Screenshot machen. So lange nicht mehr getrunken. Wo ist das Pinn da? Wir wollen Schäu. Daniel. Ey, ohne Witz, das ist genau meine Penisgröße. Geh mal auf seinen Instagram-Account. Viel zu hell. So Jungs, ich verabschiede mich jetzt. Ja, aber nicht, wenn er den ganzen Tag noch nicht wirklich was gegessen hat. Das ist nur deine Einschlau. Du bist doch derjenige, der für tiefen Grund in den Baumarkt lebt. Ich habe ja gehört, dass Hunger echt nicht... Paris Hilton hat zum Beispiel auch nie gegessen und die lebt auch auf. Auf jeden Fall war meine Frau hier unten, die hat die Waschmaschine angemacht. Abonnieren, wenn wir da sind. Sagt der Helge Schneider mit seiner Drum Bass. Und der Polizist. Ich weiß nicht, also ich bin jetzt noch hier. Also ich bin auch noch da. Ich sehe auch nichts. Geh mal kurz und hallo. Ja, das ist Mo. Jetzt wüsstet ihr mich auch sehen. Ja. Ich habe mal den großen Strahler angemacht. Das geht natürlich nicht. Wo ist Daniel eigentlich schon wieder? Abgekackt, keine Ahnung. Halleluja. Hey, wir gehen mal auf das Beste in dieser schweren Zeit. Ich singe auch breit. Hallo? Ich bin doch ganz kurz hier. Ich muss gleich wieder los sein. Ich muss doch ganz kurz los werden. Ach, ich habe Hunger. Aber bis das Untermann ankommt. Ach, ich habe Hunger. Ich habe Hunger. Oder mein Favorit Sieben Meilen Stiefel Schickt mir so sehr Und ich war 17 Und sie 31 Der heißt auch Die Wall Also dein Name Könnte dir als Künstler-Pseudonym Schon gut stehen Eigentlich so Wenn du ein Maffei-Imitator wärst Wenn für mich Kein Tag mehr kommt Ich deswegen Immer mit seiner Warze in Kontakt stehe Die rumänische Wanderwarze Schöpsteht, da freu ich mich Da freu ich mich wirklich Ich bin Peter Maffei Da freu ich mich Hallo, ich bin der Wartner von Peter Maffei Ich hab mir hier so ein bisschen was angehört Ich hab gehört, dass hier gibt's ne Bonk und einen Markt Aber jetzt nicht viel los Das ist mir nur ne Bier aus Ja, ich habe vor zig Jahren vorgezogen Aber keiner hat mitgemacht Schon klar ist Ich wollte nur nochmal kurz sinnbildlich darstellen Wie es mir die Band bedeutet Ich lass mich nicht tätowieren Weil die Nadeln, die spritzen dir dann Die Mikrochips unter die Haut Absolut Das ist die Wahrheit Ich hab nichts dafür Bitte Vielen Dank.